Rumpfmobilität. Für die Rumpfmobilität leg dich einmal am Boden ab und will dann ein großes System mit deinen Armen, also rechts wie links, aussteigen. Dann beginne einmal den linken Fuß zur rechten Hand zu führen und den rechten Fuß zur linken Hand. Je nachdem wie weit du entfernt bist, mit der Fußspitze von deiner Hand, bist du mobilisierter. Umso näher dran, umso mobiler, umso weiter weg, umso weniger mobil.